Einen wunderschönen guten Morgen gewünscht da draußen, meine Lieben. Einen wunderschönen guten Tag. Ich fahre ein Automatikfahrzeug. Demnach habe ich auch eine Hand frei, um etwas festzuhalten. Nehmen wir das schon mal als Info. iPhone, neues Gerät verbinden? Nö. Nö. Ich bin jetzt gerade auf dem... Also Matthias ist hinter mir. Warte, ich zeig euch. Ne, das kann man nicht sehen. So vielleicht? Ne, kann man nicht sehen, glaube ich. Wir sind auf dem Weg zu einer Werkstatt. Ist das eine Werkstatt? Ja. Werkstatt, Autohaus. Weil Matthias da irgendwas mit seinem Getriebe machen lassen möchte. Und ich fahre mit, weil ich dort dann nochmal zu dem Babyfachgeschäft möchte. Da ich mir zwei Kinderwagen wegen angucken möchte, zwei Buggys. Weil bei uns nächsten Monat etwas ansteht, wo ich ein Buggy brauche. Also ihr könnt auf jeden Fall gespannt sein. Es wird ein großes Wiedersehen geben. Beziehungsweise ein großes Kennenlernen. Das ist ja viel mehr ein Kennenlernen als ein Wiedersehen. Ähm, genau. Und das machen wir. Ja. Genau. Und deswegen fahre ich mit, weil das alles in der gleichen Ecke ist. Und so muss Matthias nicht laufen. Dann können wir noch was frühstücken. Und ich dachte mir, das ist für alle angenehm. So. Was wird denn jetzt hier gebaut? Schon in die neue Tankstelle, ja? Tankstelle neben Tankstelle. Das ist immer, was ich nicht checke. Und dann fahre ich Kilometer weit und darf es nicht. Nicht eine Tankstelle. Egal. So. Äh, ja. Wir nehmen euch mit. Ich nehme euch mit und zeige euch wieder ganz viele verschiedene Eindrücke. Und dann gucken wir, wie es weitergeht. Und jetzt mache ich ein Video. Ja. Passt. Das ist gut, ja? Ja. Die Zeit läuft runter. Runter? Wieso runter? Hoch. Meine Fresse. Was ist denn das hier für eine Schaffung? Wir gehen zur BK. Oh mein Gott, ich sehe mich ja. Äh, meine Haare sind nicht fettig, ich schwöre. Zeig mal. Ist du sagst du, dass du mal gesehen? Weil das hier so nass aussieht. Die sehen nicht mal so aus, als wir haben gesehen. Doch, die sind so, die sehen so fettig aus. Ich gehe auch heute duschen, ich schwöre. Das ist aber nur schaumfettiger. Wirklich. Ja gut, das mache ich ja auch rein. Und ich finde, dann sehen sie einfach nur nass aus. Ja genau, nass ist gleich fettig. Zu welchem Burger King wollten wir dann? Äh, Nordmeile. Okay. Ey Mama, wenn die da keine Halloumi fahren, fahren wir weiter, ne? Wirklich. Mama? Hallo? Ich wollte, hast du mich? Ja. Ich wollte jetzt gleich losgehen. Und ich habe mich heute Morgen schon echt irgendwo gefühlt, ohne Maske zu fahren. Wo hattest du gesagt war eine? Dann, äh, ansonsten frag bitte Papa, weil, ähm, ich glaube der hat, äh, noch welche, aber das sind halt diese massiven Dinger, ne? Ja, also wie nennt man die? FFP2? Nee, ja. Aber medizinische haben wir nicht mehr. Vielleicht sollte ich doch mal welche kaufen. Ich kann auch vielleicht einfach solche welche mitbringen von DM. Ja. Ich habe eh noch 25 Euro gekauft, ich hatte nur 25 jetzt ausgegeben. Masken sind aber teuer, Mara. Ich weiß, ich habe mir letztes Mal schon nicht gekauft, die haben irgendwie 2,75 Euro gekostet oder so. Wir haben jetzt gerade für zwei Stück 1,60 Euro bezahlt. Ja, ich wollte gerade sagen, also wie viele wolltest du denn holen? Drei für dich selber oder was? Nein, äh, hol dir nur eine, damit du fahren kannst und überall rein kannst und bla. Und, äh, ich bestelle mal ein Packen, damit wir ja welche zu Hause haben. Ja, muss ich gucken, ob wir jetzt... Aber keine billigen, die sind sonst so komisch verarbeitet. Ja, ich muss gucken, ob ihr seid doch mit dem Auto unterwegs. Ja, wir sind jetzt aber schon fertig, wir sind schon auf dem Rückweg jetzt. Ja, ich bin aber gleich weg, sie ist gleich, sie fährt in zwei Minuten, sie ist in der Bahn. Ja, ist ja nicht, ist ja nicht schlimm. Guckt nach, ob ich was in den Schubladen habe, aber ich glaube eher nicht. Oder fragt Papa, wie gesagt, ich glaube, er hat da auch noch eine Packung. Wann machen wir wieder Börek-Stangen? Kann man alles bei Dings kaufen, ne? Wollen wir da einkaufen gehen? Ne, da fahre ich jetzt nicht hin. Mann, Mama, du bist so schamlos. Wo kann man das kaufen? Äh, Kaufland Eicher. Achso. Das gibt's aber auch bei unserem Edeka richtig viel, so Stuff. Wir gehen nicht zu Edeka. Wer, wo, wann, wann denn, wohin denn, warum? Wir fahren jetzt echt zu Revo. Nur wegen Cola, Digga? Ne, klar, ey, meinst du, ich war wegen irgendwas anderem nochmal woanders hin? Kannst du dich auch mal ein bisschen fühlen? Nein. Ich hab schon meine Winterjacke an. Was jetzt? Mama, nein. Ja, das ist die ultimative Umfrage. Tragt ihr schon eure Winterjacke? Nein. Weil Marleen hat, ähm, eiskalt ihre 700er Winterjacke an, ohne Kapuze. Und ne Thermo-Leggings. Thermo-Strophose. Unter der Jeans, erzähl mir. 11,5 Grad. Und ich so. Voll kalt, ja. Wenn Minusgrade sind, gehe ich nicht mehr raus. Also nur, dass es dir bewusst ist, dann frage ich Homeschooling an. Dass ich im Laptop da in der Klasse stehen darf, weil ich fahre da nicht nochmal hin. Es ist mir zu kalt. Vor allem, die zahlen auch keine Heizkosten, deswegen machen die da auch nicht warm. Die müssen, glaube ich, nur auf 19 Grad heizen oder so. Hm, machen sie nicht. Wir saßen letztes Jahr schon im Winter mit Schal da. Und dieses Jahr wird bestimmt noch schlimmer, wegen dem Klimawandel. Klimawandel? Wieso Klimawandel? Nee, das ist nur wegen der Stromkosten und der Gaskosten. Hä, deswegen wird's doch draußen nicht kälter. Ach, das meinst du. Ich meine, ja, ich meine jetzt, die dürfen nicht heizen wegen der Sachen, meine ich. Ey, lass mal frühstücken gehen. Warte ich heute schon. Dann lass, Freitag. Ja, müssen wir. Weil ich hab da erst so spät Schule und danach fahre ich ja direkt weg. Dann haben wir noch vorher so ein Date, bevor ich weg bin. Dann musst du aber die Schulsachen mitnehmen. Dann fährst du mich da hin? Nein, aber ich kann dich ja dann da irgendwo rausschmeißen. Mama, das ist in Brandenburg. Brandenburg. Deine Schule ist in Brandenburg? Nein, Aische ist in Brandenburg. Und da komme ich nicht weg. Ich setze dich am nächsten Bahnhof ab. So, wir sind wieder zu Hause, unschwer zu erkennen. Und Matthias hat mir hier schon Sachen auf dem... Ich weiß nicht gerade, ob du das warst. Warst du das? Der hat mir hier... Ja, so Papier hingelegt. Weiter. Und er hat mir ausgedruckt... Ich bin ganz aufgeregt. Und zwar hat er mir das hier ausgedruckt. Das und das. Für Malus Kinderzimmer. Und da ist jetzt meine Überlegung. Ich wollte das jetzt hier... Ich zeig euch das mal, wartet. So, also es ist ja dieses Bräunliche. Und das ist ja so Vanille. Und jetzt wollte ich das hier drauf machen. Mit... So was... Oder halt so was. Habe ich auch so Bräunliche Töne oder Bläuliche. Und dann habe ich mir noch das hier geholt. Ganz viele... So eine... Na, ihr seht schon. Da ganz viele Papierrollen. Und wenn ich mir das so angucke, das passt ja wohl Arsch auf einmal hier. Alles so von den Farben her. Mega, mega gut. Und die Bilder sollen dann hier reinkommen. In... Diese Eiche... Äh... Wie nennt man das? Eiche... Rahmen. Genau. Und... Das soll ja nochmal durchs Zimmer kommen. Und da wollte ich jetzt eigentlich das mal zusammenbasteln. Aber ich glaube, das geht gerade nicht, weil die Kleinen noch spielen möchte. Ich glaube, das kann ich gleich erst machen, wenn... Mini-Mottilotti... Gleich müde ist und schlafen will. Hier ist noch ein Fruchtläschen. Ja, wollt ihr erst noch ein Fruchtläschen essen? Erst wenn du deine Sachen angemacht hast. Wollt ihr das bitte? Nee, ich glaube, das geht nicht richtig zu. Da ist irgendeine Jacke pufferig. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt schaffe mit ihr und... Ich rieche zum Mitteln nach Essen. Nach Chips. Maris, hast du Chips gegessen? Nein. Ich hab Chips gegessen. Ja, dann ist es wegen dir. Wenn du Chips isst und das Kind knuddelt, dann riecht sie nach Chips. Das ist doch wohl klar. Pampers und Vorstücher, Nachschub. Ach so, deine Regensachen. Nur eine mit der Jacke, hat sie gesagt. Sicher? Ja. Der kann nur Regenshose gesagt. Welchen Rucksack hat mir jedenfalls eingriffst? Äh, Mara wollte dir einen braunen holen. Mara? Die ist nicht da. Mara? Hast du einen braunen Rucksack? Ach. Ach. Ist das bequem hier, ne? Was machst du? Nicht mich ausziehen. Du musst dich andersrum umdrehen. Pupsi Maus. Nicht mich ausziehen. Hier, guck mal hin, dann hast du jetzt die Sachen, die du rausgesucht hast, du hast eine frische Kürze. Ist das nur eine Regenjacke? Ja, das ist nur eine Regenjacke. Und eine richtig tolle. Ja, aber die soll ich mich sofort anziehen. Natürlich ziehst du die sofort an, weil du ziehst halt, guck mal hier. Was ist das? Das ist noch komplett neu. Hast du eine Schere oder sowas? Ach, hier oben liegt doch einer an. Ach, Mama! Das hier einmal unten? Weil du willst dich kaufen! Lampen! Mabel! Ja, gib mir! Geh mal schnell holen! Jetzt! Ist schon unten! Zeig mal her! Oh ja, da passt alles rein. Komm her! Dann könnte ich doch auch den blauen nehmen. Nein, den möchte ich nicht mehr, dass der benutzt wird. Komm her, Frau, hol mal bitte einmal an. Weil ja unordentlich ist und Plecken drin sind, die ich nicht mehr rausbekomme. Was ist das? Mares? Ich möchte das nicht. Sehr gut, okay, cool. Ist der auch genug bei meinen Kürze? Sehr gut. Au! Doch, jeder macht die Geniacke auf meinen Rucksack. Mama! Nein! Doch! Es regnet morgen. Ja, warum? Was ist das? Ich sitz hier, wenn ich dich anmeckere. Ich bin jetzt dein Papa. Pass auf, bitte. Pass auf, dass die nicht runterfällt. So. Äh, Mares, du gehst jetzt bitte Zähne putzen. Nein, es wird doch nicht so gegessen. Ein Frucht. Ach, dann runter jetzt. Ja, los, komm, das Baby. Ich glaub, das Baby wär auch nur was. Wir haben nur Apfel. Äh, nur Apfel? Ja. Äh, nee, warte mal. Mal. Die blöden Apfel! Ja, ich hab die Flucht. Mal. Ich hab die Flucht noch mal durch. Was ist das? Ich zeige dir gleich auf meinem Handy eine Jacke, die ich dir gerne holen wollen würde. Und du sagst mir, wie du sie findest, okay? Ich dachte mir, also ich wollte die vorher noch schon einfach kaufen, mit einem Pullover zusammen von Pikachu. Aber der war leider ausverkauft und dann der Größe, deswegen habe ich gesagt, okay gut, dann zeige ich dir die Jacke erst. Mit Pikachu drauf? Nee, die Jacke hat keine Pikachu, das ist mit so Teddyfellen, voll geil. Und welcher Pullover? Der Pullover war weiß mit Pikachu drauf, aber wie gesagt, der ist ja ausverkauft. Warum? Ich möge viele Pikachu jetzt. Ich möge jetzt so viele Pokémon. Obwohl, wir könnten Marlene fragen, ob sie gucken geht. Sie mit wem? Sie könnte ja mit Pepe in die Innenstadt gehen und gucken, ob der Pullover da noch liegt. Wo liegt? Na, da in dem Laden. Weil online ist ja ausverkauft. Aber du warst ja eigentlich schon frech zu ihr, ne? Nein, war ich nicht. Sie kam ja runter zu mir und meinte zu mir, dass ich ihr eine Strafe geben soll. Ich habe doch nur mal was anderes angemacht, nee, mehr nicht. Hör auf. Okay, ich veröffentliche mich. Du musst immer noch ein bisschen hoch machen, guck mal so. Dass sie das immer so nach oben machen, damit sie das aus dieser Kuhle rausbekommen, weißt du? Na, fast. Du musst das im Mund nach oben machen, nicht danach. Warte, 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 sie muss das mal runterschuppeln, jetzt. Ja, klasse. Und dann immer mit dem Löffel doch mal ein bisschen die Schnute abwischen. Bitte? Ja? Ah, nicht geben. Ja, gut, das geht, aber das heißt auf jeden Fall halt nicht, dass ich es neu drehen muss. Ist immer so, man schickt dann das Video weg, wovon man selbst so überzeugt ist, was einem richtig gut gefällt. Und dann kommt der Kunde und friemelt an deinem Werk rum. Also okay, ich muss sagen, bei der Musik haben wir uns wirklich schwer getan, Matthias auch, total. Weil es sollte so eine Mischung sein zwischen kinderfreundlich, Superheld, so eine Mischung von allem. Und das war überhaupt nicht leicht diesmal. Und jetzt kommt noch mal die Kundin und sagt, dass sie findet diese Musikkacke. Schwierig, 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 kann ich glaube ich sagen. Naja, das bedeutet also für uns, dass Matthias man das immer kürzen muss. Was ich wirklich schade finde, weil ich fand nicht, dass das irgendwie langweilig wirkt. Ich habe so viele schöne Situationen drin. Ach, wahrscheinlich ist es mit den Fingernägeln, meinen die wahrscheinlich. Ich habe mit so einem Balsam meine Fingernägel eingecremt. Wahrscheinlich meint sie das, ich bin mir jetzt nicht zu 100% sicher. Aber ja, das sind alles Sachen, die passieren im Hintergrund. Die sieht natürlich keiner. Und ich habe teilweise, also ich habe immer Firmen, wo ich vorproduzieren muss. Immer. Das sind dann so große... Ja? Du musst du deine Brühe. Habe ich schon auf. Danke. Das sind dann so große Firmen wie Bayer, dieses Liefax oder was war das jetzt? Das kann ich euch noch gar nicht sagen. Ich habe mal Verschwiegenheitsvertrag unterschrieben. Das ist krass. Also es gibt teilweise Kooperationen. Ich plaudere jetzt hier mal aus dem Nähkästchen. Da erfahre ich nicht mal, um was es sich handelt für eine Kooperation. Ich muss, bevor ich es erfahre, schon eine Verschwiegenheitserklärung unterschreiben, dass ich nichts erzähle. Verrückt, oder? Ja. Und dieses Produkt wurde noch nicht gelauscht. Das passiert erst. Und deswegen darf ich darüber noch nichts erzählen. Aber ich kann euch sagen, es ist wieder eine sehr, sehr süße Sache gewesen. Das ist ein Produkt, was ihr kennt aus der Drogerie. Oder was Neues rauskommt. Ich verstehe nicht, warum man nicht darüber reden darf. Vielleicht, weil die Konferenz und sowas nachmacht oder so. Ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall, sehr schönes Produkt. Hat echt Spaß gemacht, die Produktion. Auch wenn Matthias erst einen Nervenzusammenbruch bekommen hat. Bei welchen? Bei dem letzten jetzt, was wir gemacht haben. Ja, aber da musst du ja nochmal ran. Ja, du musst da nochmal ran. Aber das ist so schwer. Ne, ist es auch nicht. Wir sind hier noch ein bisschen am Struggle mit der Heizung. Weil hier ist ja alles neu verlegt worden. Und alles neu gemacht und so. Und ich glaube, wir können jetzt langsam mal Erfolge verzeichnen. Ja. Na, das hat morgen Wandertag. Jetzt mache ich schon mal die Brotdosen sauber. Was ich gestern ja nicht gemacht habe, mache ich jetzt. Damit ich die Mist morgen nicht habe. Ich sage euch Leute, aber mir erzähle ich das. Jeder Mama muss das machen, denke ich. So, Dosen sind ausgewaschen, liegen zum Trocknen bereit. Ich weiß nicht, was mit der Pfanne hier ist, aber egal. Ja, ich sage euch Leute. Meine Mini-Moddy-Lotte liegt hier hinten bereit zum Fernsehen gucken. Die wartet auf mich quasi zum Kuscheln. Ich habe jetzt hier gerade noch Zettel ausgefüllt für Maris an der Schule. Ich setze mich jetzt das erste Mal richtig hin. So. Müssen wir uns irgendwie mal hier um die Zbeisamkeit kümmern, ne? Man ist ja nicht nur Arbeit, Arbeitstier, Mutter, Küchen, Abholerin, Chauffeurin, Organisatorin. Nein, man muss ja auch irgendwie Ehefrau sein. Deswegen hoffe ich, dass Matthias gleich mal runterkommt, wenn er fertig ist, mit Heizungsmonitor spielen. Damit wir vielleicht nochmal fünf Minuten hier reden können und vielleicht eine Serie anfangen oder einen Film oder auch. Naja, schlau ich wahrscheinlich eben ein, aber egal. Der Wille zählt. So, das was ihr von uns für euch bis morgen macht, so ich irrt, ich bin echt krö. Aber die Zuschauer, die können mir ja mal sagen, ob die meinen Gedanken teilen. Malou ist jetzt seit ungefähr vier, fünf Nächte. Nee, eigentlich ist sie schon länger. Wann warst du das letzte Mal weg? Also seit ungefähr aufgerundet zwei Wochen ist die Kleine fast jede Nacht so heftig unruhig, wacht auf nachts, jammert, sucht die Nähe, beruhigt sich schwer. Ähm, ich glaube, dass das ist, dass sie zu viele Eindrücke hat und die nicht verarbeiten kann, beziehungsweise einfach voll die Reizüberflutung ist, dass sie... Also ich glaube wirklich, dass sie zu viel sieht und erlebt am Tag. Schreibt mir mal eure Erfahrungen dazu in die Kommentare. Das würde mich echt interessieren. Ich glaube echt, dass die, ähm, dass kleine Babyskinder besser abgeschirmt werden sollten. Von Autos, Busse, Menschen, Verkehr, draußen sein. Ich rede jetzt nicht von Bäume gucken, sondern von wirklich wahrnehmen. Auf dem Arm sein, Bauch trage, richtig gucken können. Ich glaube, seitdem ich sie nämlich hinsetze im Kinderwagen, ist sie wirklich unruhiger. Schreibt mir das mal in die Kommentare, ich bin gespannt. Und Maris hat schon angefangen, Halloween zu spüren, bei dir. Das ist der, den ich ausgelobt habe? Ja. Hat er ausgeschnitten, ja? Hat er ausgeschnitten und der Hand geklebt. Okay. Zeig das den Leuten. Nee, das sieht man nicht. Klar. Da. Jetzt haben wir es 22.07 Uhr. Und ich stelle mich wieder darauf ein, dass ich spätestens alle anderthalb Stunden die Kleine beruhigen muss. Das ist doch wieder vielleicht bei dir auf dem Bauch liegen. Habe ich auch gerade schon überlegt. Und morgen lassen wir sie einfach mal komplett zu Hause und dann gucken wir mal, wie die Nacht wird morgen. So, dass sie sich langweilt. Ja, aber lieber langweilen und zur Ruhe kommen, als unruhig den ganzen Tag. Ja, ich sag doch. Ich habe dir nur gesagt, dass sie sich dann langweilt. Ich sag doch gar nicht, dass es schlecht ist. Ich glaube nicht, dass sie sich langweilt, weil sie ja immer noch hier zu Hause genug zu entdecken hat. Spielzeug und so. Bla, das ist halt einfach nur so gesagt, jetzt hier im Maul. Na gut, ich schleppe mich jetzt ins Bett. Und genieße meine anderthalb Stunden. Das ist doch müde. Da sind keine Kamera. Auf den Schubladen, aber das Problem ist, dass du noch die GoPro brauchst und die liegt noch im Auto. Weil ich die kleine Kamera nicht gefunden habe, habe ich die GoPro benutzt. Mhm. Können wir vielleicht mal sehen, wie die ist von der Qualität? Dachte ich mir auch vom Ton. Das würde mich echt mal mega interessieren. Gut. Ich gehe jetzt nach unten. Ins Schlafzimmer. Kuschel die kleine Maus ein. Und ich glaube, ich behalte sie gleich bei mir. Ich starte ein Beispiel. Auch wenn der Abstand ja gar nicht so groß ist. Äh. Ich glaube, ich brauche das gerade. Und ich habe auch gemerkt, im Auto, wenn sie da unruhig ist, es reicht, wenn ich es schaffe, ihre Hand zu nehmen und sie zu kraulen. Dadurch lässt sie sich schon beruhigen. Das geht aber auch nur in dem kleinen Auto. In dem großen Auto habe ich nicht mal ansatzweise die Möglichkeit, an sie ranzukommen. Na ja, egal. Ich werde berichten, wie meine Nacht war morgen früh. Aber ich sage euch jetzt schon, dass es bescheiden ohne Ende ist. Es ist ja letztlich schon die letzten zwei Stunden war das jetzt, ne? In dem Künzmorgen, aber, oder? Ja, ich sage darüber auch noch mal was. Aber sag mal, jetzt die letzten zwei Stunden ist sie wie aufwach geworden? Dreimal, ne? Ja. Ja gut, aber es ist auch immer was laut hier. Na, ich weiß nicht. Na, wir gucken mal. Einen wunderschönen guten Morgen, da sind wir wieder. Malu, möchtest du es erzählen, was hier los war? Hm? Also sie hat keine Probleme mit dem Einschlafen oder sowas. Um Gottes Willen, sie schläft so toll ein. Auch alleine, ohne Schunkeln, ohne Musik, ohne alles. Ähm. Aber dann kommt das Problem und zwar, sie wacht einfach nachts auf, schreit wie am Spieß los oder aber, oder aber sie dreht sich die ganze Zeit. Sie dreht den Kopf, sie dreht sich komplett von der Seite zur anderen Seite, streckt sich, macht, tut, legt ihr Kopf wieder hin. Was ist die denn gerade von mir in der Therapie? Ne, ja, ich versuche das mal hier irgendwie zu thematisieren und vielleicht rauszufinden, was ich dagegen machen kann. Vielleicht zeigen wir ihr zu viel am Tag, weißt du? Wir wissen wie klein einfach da draußen. Ja, also ich habe jetzt gerade schon Nachrichten auf Instagram bekommen zum Thema Nachtschreck. Ich habe das noch nie in meinem Leben gehört. Ähm, von bis hin zu Wachstumsschub. Also Nachtschreck und Unruhe wegen des Tages. Das habe ich wirklich am meisten gelesen. Was jetzt Nachtschreck ist, habe ich keine Ahnung von, muss ich googeln. Aber, ähm, mega anstrengend gewesen. Sie lag auf mir, quer, hochkant. Die kam hoch, hat sich hingesetzt, hat sich wieder hingelegt, hat sich wieder quergelegt. Also, ganz fürchterlich. Ganz fürchterlich. Extrem unruhig. Aber sie hat beste Laune. Jetzt werde ich mal gucken, heute ist sie ganz, ganz viel zu Hause. Heute nehme ich sie auch nicht mit oder irgendwas. Okay. Mal gucken, ob es heute Nacht besser wird. Ich bin gespannt. So, jetzt genug Bericht erschadet. Ich bin auf eure Kommentare gespannt. Kommentiert bitte fleißig und helft mir. Das war sie auch bei uns für euch. Bis morgen um 18 Uhr. Tschüss. Tschüss. Und gute Nacht. Und bitte. Tschüss. Tschüss. Tschüss.